Was kriegst du ihm? Ach, ich bin so dumm. Das gibt's doch nicht. Was hab ich für ne Scheiße gemacht? Was wechselst du so auf die Waffe? Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Richtig Scheiße gemacht. Du kannst so bleiben. Wo bin ich denn bitte wieder reingeraten, Alter? Das ist ein geiler Clip. Hier ist halt auf dem Dach. Ich bin so schlecht, Alter. Ich bin so schlecht, Alter. Was? Nein, nein. Wow, what the fuck? Ich hab ihn nicht gesehen. Im Filmbad in der Mitte. Hier fliegt jemand über uns. Also bist du, Alter. Wir wurden unter mit dem Schatten, Alter. 20 Meter, ja. Der ist immer noch hier drinnen. Oben, ne? Ich hab geklettert. Ich weiß. Und ich hab geklettert. Und deswegen konnte ich ihn schießen. Der ist aufs Auto geklettert. 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 Oh, da ist ein Fächer dabei auf jeden Fall. Zwei Team. Ich würd lieber abdritten eigentlich. Aber wir bleiben jetzt. Ich hab die Lupe geholt. Komm weg. Der ist drauf. Der ist drauf. Der hat sich tot gedacht. Ein Schalke.